Der Begriff Wokeness auf Deutsch Erweckung beschreibt eine umfassende Sensibilisierung für rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung. Inzwischen wird das Wort häufig von Konservativen und Rechten instrumentalisiert, um die Ziele und das politische Engagement der Linken herabzuwürdigen. Die Kritik an gesellschaftlichen Machtstrukturen wird dann als symbolische Geste und Selbstinszenierung abgetan oder aber als gefährliche und moralisch irrsinnige Bedrohung der eigenen Lebensweise dargestellt.